mit Geld, aber er hat Geld, was du Penta! Hallo, ihr? Hallo, ihr? Hallo, ihr? Dom, Dom, Dom. Keine Angst, ihr habt die Schmerzen. Nein, nein, nein! Hat deine Mandarine auch gespritzt? Ich bin einer der ruhigen Menschen, nicht vergessen. Nein! LOL Das ist so die Roll-Campenter, also das ist so. Ja, ich mach kurz zwei. Ey, ohne Witz, das ist ein dummes Bitch. Was rennst du denn mit mir? Ich weiß denn was. Ich werde noch gleich jetzt rennen. Als ob ich ohne Attack-Speed-Item einen Attack-Speed von 1,88 habe. So, das war die als Printer. Ach, holt einfach den zweiten Korder. Das ist doch, der trifft nicht der Schneeball. Der trifft nicht, wenn ich so lange gut ziehe, bitte. Wieso meinst du mit wenig Schaden, Alter? So fuckt's mir dermaßen ab. Ich hab noch mal kurz gesorgt, da haben Prenzler-Kill ist hier und man zählt nicht. Ich. Tja, aber jetzt hätte ich nicht mehr Attack-Speed. Ok. Komm, komm. Eee, das war nicht mit ihnen. Komm her, Trayvon. Aua, 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 Aua. Aua! Ich wurde getroffen! Hilfe! Achso, das sollte feindlich hier! Du Mülleimer! Ihr kommt hier angeschnitten! Kai hat übel auf Dicke! Verringlich dabei!